So, das wird der letzte Raum, den wir sozusagen abcovern, ja, die anderen bleiben so, oder bleiben, schauen wir mal, vielleicht muss ich in ein, zwei Dinge reinziehen, so, in den Baubeutel, da können jetzt mal ein paar Steine rein, die brauche ich ja gerade nicht, die Cover, Bienen, ne, dann kann ich den Beutel wechseln, das ist ziemlich der, so, Items, ne, den brauchen, obwohl wir brauchen ja auch Items, auch wir haben keine Stromkabel mehr, und Fluid, brauchen wir, glaube ich, nicht, ich brauche Stromkabel, jetzt muss ich schauen, ob wir noch welche machen können, das wäre sonst a little bit blöd, ich glaube, ich glaube ich, dass wir noch Ender haben, mal schauen hier, können wir welche machen, oh mein Gott, acht Stück nur noch, das ist natürlich blöd, da brauchen wir nämlich Vibrant Aloy, beziehungsweise, da brauchen wir, ich guck mal, ob wir Aloy haben, Aloy, okay, eins, zwei, zwei, sechs, dafür brauchen wir, Ender, ah, komm, wie wird, das können wir nicht, okay, super, die Twitter nehmen und da hinten reinschmeißen, gut, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich immer von A nach B hinlaufen muss, so, das ist auch noch, ja, auch noch Kisten aufgesetzt, damit wir halt ein bisschen schmelzen können, oh, schon mal gerade hier, so, dann lassen wir den dann laufen, dann kann noch mal Stromkabel machen, so, das hat hier Enderpollen reingepfiffen, das läuft nicht, bestimmt nicht, schauen wir vorher noch rein hier, so, nicht zu viele Sitzlinge haben, ne, der läuft, weil nicht, weil der bestimmt keinen Strom mehr hat, ja, der hat keinen Strom mehr, okay, lassen wir aus, ich habe hier unten noch einen Weg reingebaut, zu einem kleinen Geheimweg, so, hier schnell in diesen Kabelschacht reinkommen, ähm, das ist natürlich für uns einen guten Vorteil, wir können alles reinschmeißen, sind schnell am MME und, äh, brauchen halt nicht so viele Umwege, wir können ja von A nach B fliegen, E, T, C, weil ich ja auch keinen Stress mit habe, jetzt habe ich keine Zäune mitgenommen, muss halt dann noch Zäune mitnehmen, aber sie, warte mal, muss ich das machen, ich kann das glaube ich so machen, ne, so, jetzt nehme ich mal den Beutel nochmal, nehmen wir hier so 2,6 raus, ich glaube ich brauche das gar nicht, ich kann das hier zumachen, so, wo es nachher, äh, interessant wird, ist beim zweiten Stock, was gehen wir hin, Items 2, ich brauche ja nicht, das heißt, wir können hier oben anschließen, äh, ich lasse den mal hier oben, da ich ja das, also hier ist ja noch, ändern werde das Kabel, kommt hier hoch, das heißt, hier oben wird ne, oder hier wird ne Plattform entstehen, wo ich halt das meiste habe, ich muss auch noch Crafter umstellen, ähm, und ich werde, glaube ich, dem Tau, warte mal, ich kann doch, ja, hier ist noch Wasser, weil ich hier hochklettern musste, weil ich hier oben immer gestorben bin und im Slutspoiler, ich kann doch, Kabel schafft hier hinten in ziehen, oder hinten in der Ecke, ich glaube, ich ziehe hinten in der Ecke ein, das machen wir auch, dann hat der auch bessere Chancen, so, dann machen wir das so, oh nein, so, ja, ich könnte das doch dann abcovern, zumindest da ist das andere, kann ich ja wegtun, das heißt, Strom krieg ich da ja definitiv von hier, jetzt bin ich natürlich kein Rabe, der fliegen kann, aber ich kann das schon abcovern hier, so sehen wir natürlich gucken, dass ich hier mal reinkomme, dann machen wir kurz, äh, Inset Strom, ich hoffe mal, dass das jetzt, oh geil, wir können es abcovern, natürlich jetzt nicht so, so prompt geil, aber wir können es abcovern, man weiß jetzt natürlich, dass hier Stromkabel sind, aber ich möchte mich nicht, ist auf jeden Fall besser als die Kabel da irgendwie zu verwehren, wie sie da hin sollen, so, 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 so natürlich, ach, jetzt habe ich natürlich ein bisschen blöd, weil hier so ein Ding ist, das macht aber gar nichts, ich werde die Zäune einfach, äh, hier vorziehen, ich wollte ja hier Zäune machen, dass das halt ein bisschen funktioniert, wo wir können auch hier Stein, oder wir ziehen eine ganze Wand hier vor, das heißt, wir müssten ja, rein theoretisch, das so hinten stellen, natürlich auch gehen, so, jetzt mal hier kurzen Flug noch rein, das heißt, er zieht die von da hinten nach hier hin, und, äh, wo die Convera hält, sie können wir doch benutzen, wir können, sagen, hier machen wir natürlich die Fackeln raus, ah ne, wir müssen ja hier drinbleiben, sonst haben wir nachher ja Zombies drin, da haben wir noch eine Fackel hin, links und rechts, ja, stehe ruhig, da, da eine Fackel hin, da eine Fackel hin, und, äh, bitte ich natürlich, okay, das passt, da muss ich nachher schauen, dann nehme ich auch hier so einen Block, nach raus komme ich ja noch, ich denke, warum leckt das denn so, das ist schon hier bei meiner Ruckelkraft, so, ich mache das von hier vorne, einfach so, dass sie zumindest dahin in die Mitte kommen, muss ich gleich den schnicken Hauvermotive anschalten, den ich jetzt mache, oh, ich liege sowieso, so, eh, die Etage ist, äh, sonst fände ich hier nicht runterfliege, oder durchfliege, fertig, ich hab, da oben bräuchte ich ja niemanden, dann habe ich noch so einen Luftschacht hin zu sagen, es gab doch so, wie heißen die denn, Fan, heißt nicht Fans, der Cleaning, Läufe, es gab so Ventilatoren, die extrem gut aussahen, da, das sind Chisel-Blocks, das sind Fast, das sind Technical Blocks, wie macht man die denn, Technical Blocks, äh, 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 mach mal den, da machen wir uns Down und Eisen, das ist natürlich geil, da hab ich die stelle wenn die halt für nachts oder die hinhalt nachts dann sind dann haben die ja so ventilatoren dass halt die ganze frischluft wieder reinkommt oder halt der ganze gestank methan etc alles rauskommt da habe ich gerade bock drauf das was und da sind jetzt nicht und anscheinend können wir die sogar covern oder wir können die klein schneiden drehen die sich dann auch mich jetzt interessieren ich habe in der kabel die lois weggetan hier noch gucken ob man auch welche von diesen dingen haben wir haben noch tausend stück ich glaube das reicht das ist ok ich wollte jetzt diese technik ich bin auch ein idiot ich schaue auf die folge in der halbe stunde wir wahrscheinlich ganz gut geschafft sondern da ist mein schüssel kann ich den hier rein hängen kann ich hier rein und dann nehmen wir fast und die funktion in dem dn hier kann er so weit ist gesprungen bei dem haben wir mal knet aus wäre natürlich geil gewesen den mag ich aber nicht ich möchte so was die later mäßiges haben der wäre der beste ok